So Leute, willkommen zurück. Ja, wir haben jetzt ein bisschen was vor uns. So und dann. Waffe. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Die auf einen Haufen kriegen, wäre doch schon mal eine richtig gute Sache, oder? Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wow, so geil. Voll in den Stein geschossen. Moment mal, Moment mal, Moment mal. Okay, muss man gleich wieder zurück. Erst gucken wir mal, was die da bewacht haben. Gut, die Antenne hier. Okay. Für eine Antenne, eine gute Bewahrung. So, ich mache ganz kurz einen Cut. So, ich mache ganz kurz einen Cut. Ich mache ganz kurz mich entleeren und dann sehen wir uns gleich. Gut. So, es geht weiter. Ja. Ja, was ihr da macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Wir werden jetzt Richtung, gehen wir in diese Richtung. Dann hier und dann hier so lang. Das sollte passen. Moment kurz. Gut. So, jetzt geht es weiter. Was die da hinten machen. Soll uns nicht groß erstmal interessieren. So. Okay. Und das hier und. dann. 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 Okay, da werden wir nicht reinkommen. Eine kleine Jagdfütte oder so, ja, das wird eine Jagdfütte sein, was ist das, ah, das ist ein Sammelgegenstand, okay, gut, und ich tippe mal, der Tipp, wo der ist, ist der Jäger. Wir haben alle neben sich immer im Funkgerät liegen, ne? So, das wäre erledigt, wunderbar, dann kommen wir zum nächstgrößeren Punkt, und zwar zu dem, und der liegt in dieser Richtung. Wir sind schon da. Moment mal, ist das ein Fluss, was mir da angezeigt wird, oder was soll das darstellen? Ne. Und hier scheint es Gegner zu geben. Das ist ein Fluss. Na mein Freund, was bewachst du da? Na mein Freund, was bewachst du da? Waffen und Pläne hier. Gehen wir von da oder von da? Waffen und Pläne hier. Heiliger Scheide. Okay, ich verstehe das nicht. Warum bin ich in den Kampf eingetreten? Ich bin unsichtbar. Ich habe gelegt... Ey, das ist so ein Witz, Alter. Das ist so schwachsinnig. Oh, was haben die denn da bitte gepatcht, Alter? Nichts Gutes. Ich bin nicht in den Kampf eingetreten. Aber definitiv nicht. Shit, Hevente. So ein Dreck, Alter. Das kann nicht sein, ey. Ich... Ich... Ich mache keinen Sinn, ey. Das ist schwachsinnig. Das tut... Das ganze Schleichsystem komplett kaputt, Mann. Mach das nur. Oh, toll. Danke. Danke. Was? Alter, ich bin hier am Haus. Ist ziemlich verarschend, Spiel. Ich bin hier am Haus. Da war ein Chiefball um die Ecken. Nee, also sorry, aber das ist mir zu blöd. Das ist mir einfach zu blöd. Also echt durch ein... Sorry, aber das ist mir zu blöd. Allein schon, dass der mich entdeckt hat. Das ist mir schon ein bisschen zu blöd. Der konnte mich gar nicht entdecken, ey. Ey, das regt mich voll auf. Ich bin angeschlichen und die machen, als wenn sie mich entdeckt hätten. Alter, patcht eure Scheiße. Ja, klar. Weißt du, ich bin da hinten am Arsch der Welt. Ey, nee, das regt mich das echt auf. Das ist so absurd. Das ist so absurd. Das ist komplett absurd. Das ist komplett absurd. Das ist total absurd. Ja, klar. Alles klar. Alles klar. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Na ja. So kann man auch munition verspenden. Ja, klar. Junge, ich bin hier hinten drin. Wie willst du mich da treffen? Fäse hoch 10, echt. Fäse hoch 10, was hier gerade abläuft. Was eine Schwachsinnscheiße war, denn bitte das jetzt wieder. Muss ich, muss kurz den Cuttenmann das wieder ablernen. So, es geht weiter. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Ob jetzt wieder so ein Schwachsinn da passiert. Also, sorry, aber das war jetzt wohl totaler Bullshit. In einen Kampf gehe ich rein, wenn ich jemanden angreife oder mich jemanden angreift. Aber nicht, wenn ich irgendwo in einem Radius bin, wo, hm, könnte. Da kann man nicht einen Kampf auslösen. Was ist das bitte für ein Schwachsinnsystem? Das ist ja, das war ja vorher schon schlimm. Aber das ist ja jetzt noch schlimmer geworden wieder. Echt jetzt? Wirklich? Okay, also das System ist wirklich schwachsinnig geworden. Weil ich bin abgehauen, war schon weg. Aber er trifft mich trotzdem. Beziehungsweise er läuft nicht. Oh, Alter, ey, jetzt wird's nervig. Jetzt wird's wirklich nervig. Ich glaube, die haben mit dem Patch wirklich... Die haben das echt verbockt. Die haben das echt verbockt. Ich bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Ich bin abgehauen. Das war's für heute. Das regt mich total auf, dass die mich sehen konnten. Das ist total dumm. Wo ist denn der? Ist der da oben gebackt? Ja. Kann ich den da auch? Kann ich da hin? Nö. Also ich glaube, der Patcher haben sie ordentlich gebackt noch dazu. Aber es ist ja jetzt voll absurd, weil du hast ja auch die Fähigkeiten geräuschlos. Ich bin hier wirklich geräuschlos. Das heißt, ich konnte mich ja gar nicht hören und sehen konnte es nämlich auch nicht. Alter, Schwede, ey. Unfassbar. Ich bin hier. jetzt erklärt mir bitte das ist doch schwachsinnig jetzt mal ganz ehrlich das ist doch schwachsinnig das ist doch totaler schwachsinn das ist doch totaler schwachsinn was hier gerade abläuft ich könnte fünf meter vor denen sein sie können und für mich nicht entdecken oder sie oder hören und jetzt hört jetzt plötzlich dich jetzt bin ich zwei meter neben dem und er hört sich hier weiter was ist denn das für ein käse hier die gesandt der schneidt nix mit zwei meter neben dem aber da oben kriegt das mit ich verarschen hier guckst du an ich gleich in den reihen interessiert den gar nicht ja okay das war jetzt mein fehler lauf lauf doch lauf doch da habe ich danke 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 ja das war jetzt mein fehler ich bin aus dem falschen klopf gedrückt was ist das hier für eine waffe ja Alter, wie bist denn du hier reingekommen? Junge, wie bist denn du da gerade reingekommen? Junge, wie bist du hier reingekommen? Alter Schwede, Alter Schwede. Ja, das war jetzt meine Schuld, ich bin aufgestanden, das war also richtig dumm. Lebt ihr noch? Alter, wie kommen sie denn da die ganze Zeit rein? Geht doch das Fenster gehüpft oder was? Oh ja, wieder klar. Punktgerät. Oh, P90 erweitertes Magazin. Warum holst du das nicht, Scherzkeks? Okay, Jungs, ganz kurz, ihr wartet draußen, ich muss kurz hier was machen. Mein erstes erweitertes Magazin, ne? So, aber wie kannst du denn jetzt handhaben, Kollege? 14, komm mal hin, dann 10 auf 14. Okay, wie kommen die da rein? Du bist ja nicht durch den Kamin gegangen wie der Weihnachtsmann, oder? Ah, was machen wir hier? Laufverweiterung und bla bla bla, ja, sehr schön. Guck mal doch mal auf AP. Ja, ähm, ihr wisst ja, ich wollte hinten zu dem Hauptziel, ähm. Wow, was hast denn du da gerade geschossen? Oh, was hast denn du da gerade geschossen? Okay. Das war nicht meine Intention, hier an den Krieg reinzugehen. Ja, oder? Alter, wie kannst denn du mich da stressen, wenn du ganz verratiert bist? Alter, was mich aufregt ist, dass die da reinkommen. Alter, jetzt reicht es mal. Ach Leute, das ist doch ein Witz, Alter. Warum können die so viel Schaden machen? Das ist jetzt echt nervig. Das ist super nervig. Ja sicher, es ist so witzlos, sorry, aber es ist so witzlos. Das ist so witzlos. Das ist so witzlos, Alter. Wie viel wollen da jetzt noch kommen? Ja sicher, alles klar. Hä? Was macht denn der da drin? Ey, das ist doch jetzt mal wirklich gebackt, oder? Da ist wirklich eine Einheit reingepackt. Ich glaub's hier nicht. Da ist wirklich eine Einheit gerade reingepackt. Wie krass ist denn bitte das? Das ist so witzlos, Alter. Das ist so witzlos, Alter. Das ist so witzlos. Das ist so witzlos, Alter. 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 Der backt mir fast da rein. Ey, das kann nicht wahr sein. Der ist mir voll da rein gebackt. Nes paarmal. italien spritzen sind jetzt wieder auf 0 und ja ich sag ja in einem haus zu kämpfen bringt nichts in einem haus zu kämpfen bringt nichts warum da oben gibt es gar nichts ich hätte so ein da reingehen ja ja im haus kämpft bringt nichts aber immerhin ein bisschen zurück aber der idiot muss ja aufstehen idiot muss ja auch wirklich danach aufstehen das ist so ein kotz er das ist halt auch so dumm gemacht ja das ist dumm gemacht wenn es nicht geht dann lasst es doch bitte ganz wir gehen in die scheune und werden da ich würde sagen da das funkerett hinlegen eigentlich machen ja aber wo welchen platz erstmal den platz würde ich sagen ja muss man gleich wieder ändern das funkerett platz zuweisen automatisch platz zuweisen ok wo habe ich für die schroten munition wahnsinn kurz gucken also schrot habe ich recht hätte ich jetzt nicht gedacht ja ich habe so lange nicht mehr benutzt muss man dazu sagen ja ja was machen wir jetzt habe ich den sammelgegenstand hier oder die pläne ja wo sind die pläne gute frage da oben war nichts war ich da oben schon ich tippe mal da oben weil wenn du so beschissen da hochkommst würde ich darauf tippen dass es da oben ist eine waffe ja aber keine pläne also ich habe jetzt hier fast alles abgesucht da oben kommt man nicht rein da war ich schon vielleicht da oben ja super wo sind denn die pläne da ist nichts ok dann gucke ich nach moment so ich weiß jetzt wo sie sind da musst du aber erst mal drauf kommen da musst du erst mal drauf kommen die sind da drin aber wie sollte man da rein es gibt zwei möglichkeiten entweder man geht moment ob man das so rein du kommst da so nicht rein das heißt du musst jetzt keine ahnung aber das ist für mich ein bisschen schwachsinnig punkte red ich habe jetzt hier echt alles durchsucht und irgendwann habe ich gesagt ne komm also das will ich jetzt echt mal wissen so dann ist auf die karte muss ich gucken welches funkgerät jetzt welches ist das wo direkt eigentlich vor mir liegt ne das wo direkt eigentlich vor mir liegt ne als wenn ich jetzt nicht schon genug stress hätte problem ist ich habe zwei punkgerät hier eingesetzt ich weiß es nicht welches welches ist aber ja 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 ich ja ich So, normalerweise, ja das ist halt auch dumm, vor mir steht das Funkgerät und er zeigt mir das so an. Okay, machen wir es mal so, dann muss es das sein, ja dann kann es nur das sein. Snellreise nicht verfügbar, mit welcher Begründung, weil ich jetzt überladen bin? Ja, ich hoffe, dass wir das auch mal rauspatchen, sage ich ganz klar, weil machen wir es nachher. Dann gehe ich jetzt ganz kurz den Kram abladen. Ja, bleibt mir nichts übrig. Ich gehe kurz den Kram abladen, aber das ist ganz dahinten. Ja, ich werde als nächstes Gewichte ändern, ich muss es jetzt ändern, es geht nicht mehr. Ja, weil das ist halt einfach zu krass viel, ja. Das wären dann nochmal vielleicht 10 Kilo extra mehr, wo wir mitnehmen können, ja, das, weil das da jetzt geht echt nicht mehr, ich kann nicht immer die ganze Zeit da hinten hinlaufen. das Gute ist, ich kann mich jetzt als nächstes dort hinten hin bewegen und kann diesen Plan da holen, aber auch dumm gemacht, ganz ehrlich. Ah, die Funkgeräte sind nicht so nutzlos, weil ich glaube, das ist auch komplett ignoriert. Mir hat das mal jemand geschrieben, aber ich habe es wieder voll vergessen. Jetzt sind wir endlich da bald, ne, aber noch nicht. Ich weiß nicht, was wir mit dem Updater gemacht haben, aber das Schleichsystem haben sie komplett, ist komplett irgendwie ins Aktionum geführt worden und der Sichtmodus, das war vorher schon sehr verwirrend, aber mittlerweile ist komplett verwirrend, weil du weißt ja gar nicht mehr, ob du jetzt gesehen wirst oder nicht. Wenn ich schon eine Doktrin mache, wo ich sage, also eine Fähigkeit mache, wo ich weniger gesehen oder gehört werde, ey, dann will ich das halt auch klappt halt. Also jetzt kannst du es ja kommt ins Aktionum führen. Ihr habt ja gesehen, ihr habt mich gesehen, gehört, gesehen, ich weiß es nicht, was er da gesehen hat oder gehört hat, ich weiß es nicht. Kann es echt nicht sagen. ... ... Das war's für heute. Wenn ich das jetzt aufnehme, kann ich mich dann noch bewegen? Haarscharf! Haarscharf! Ja, das was ich vorhatte, ja, das hat leider nicht geklappt. Das hat leider nicht geklappt. So, Siebiener für Faustfeuerwaffen. Okay. Umschalten, restlich Infrarot. Oh, wow. Oder ist das das, was ich schon vorher hatte? Laufarbeitung kann weg, ja. Maschinenbistole, Laufarbeitung kann weg. Schaltdämpfer für Sturmgewehre. Nicht genug. Ja, das hier haben wir, da ist nämlich ein besseres. So, was haben wir hier? Das Wandendinging kann drin bleiben. Bündenschock bleibt. Wo, was war das da? Verdämpfer, ja, kann auch raus. Umschalten. Da muss ich jetzt mal gucken, ob das andere das nicht hat. Im Verrotaufsatz hat das eine Gewehr. Muss ich jetzt mal im Prinzip genommen für Faustfeuerwaffen. Kann man behalten, so. Das kann weg. 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 Hab ich, kann weg. Fernglas hab ich. Funkgerät, Fernglas, Pipe, okay. Okay, so, 5,6. Ganz erbrechend. Heilmandel raus. 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 Ach du Scheiße, mein Ding ist hinten voll. Okay, Leute. Ich mache hier einen Cut, denn ich muss meine Truhe aufräumen. Ich habe mich jetzt lange Zeit nichts mehr gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, holen uns dann die Pläne und gehen dann zur Hauptmission. Hoffe, dass es dann klappt. Bis dann.